Der Miguel, der ist ja der Vater von Tails. Hallo, mein Name ist Tamato, hier ist noch der Onjo dabei und der Mudkips ist hinten. Und der andere Mudkips, wo ist der andere Mudkips? Oh, der ist natürlich immer da. Der sitzt natürlich auf der Theke mal wieder. Und wir spielen heute Tails. Hey, träg mal die Laterne darauf, dass man mich auch besser sieht. Laterne, laterne. Ich bin im schlechten Licht hier. Oh, sehr gut. Sonne, Mond und Sterne. Ja, wir spielen Tails, ein Einzelspieler-Spiel. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wenn wir drei Charaktere hätten, dann könnten wir zu dritt. Aber die kommen ja noch, also. Es gibt ja bei Action 52 ein Spiel, das heißt, they came. They came. Echt? Ist das gut? Nein. From space? Nein. Excuse me, ma'am. Ma'am. Also irgendwie lache hier. Excuse me! Ja, das ist sicher so. Well, excuse me! Ja, ma'am. Boah! Der was a Problem Editing Status steht da. Das geht ja wieder, der Dreck hier. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Witz. Das gibt sie gar nicht. Krank? Sorry about that. B-B-Business has been so slow lately, that I just fell asleep after a while. B-Business has been so slow lately, that I just fell asleep after a while. Business is fine. Armorship, Holy Night. Ja. Armorship, Holy Night. Armorship, Holy Night. Hart. Holy Night. Soll ich irgendwas kaufen? It's the Armory. Ich k- ich koch nie gern was irgendwie. Ja, weil... Weil wenn du was kaufst, Ja. Dann gehst du in das hohe Gras Und dann findest du eigentlich das, was du gerade gekauft hast. Und dann denkst du nicht nur... So geht es uns immer. Da ist wieder der Juggler. Und hier drinnen... Oh, 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 oh. Ein Busch. Ein Busch, Baby. Er ist eine Frau, oder? Ja. Wurscht. Sie hat seine Stimme. Ok, ok. Well, uh... A Busch, Baby, hat snuck up behind you. Boing, boing. Huh? Fang es ein, Fang es ein, Fang es ein. Fang es, Busch, Baby. No, 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 no. That animal belongs to the owner of the Baby General Store. But, goddess, he's so sneaky. How did you get in here this time? Last time it was the window. Maybe it was the door this time. I don't know. Let's see. Und achtung! Jetzt reden wir mal mit dem hier. I come from the world of fabulous flavors. I wish for all the people of this world to experience this taste. Come, don't you wish to taste the flavors of my world? I'll teach you. I'll teach you this dish. Oh, je. I know. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I'll teach you this dish. Oh, damn it. Maybe we have sound problems. Or worse. No, no, it's just BLB. I'll teach you this dish. It doesn't work anymore. Yeah, it can also be. Who knows? Nobody knows. Loading video is already there. Blöde recipe for cabbage roll. My biggest struggle is always to have the hair good to have. And now it's a full person together. Not only a half person. Oh, of course. I'll use it a bit more. The more you cook, the better you get it. Shark Attack 3. This is Shark Attack. This is Shark Attack. Yes, come Shark Attack. You'll get stars to show your skills. You already know that we're going to do a pig. Yes, he's a pig. He's the idea behind BLB. No, we're not going to do a pig. We're going to do a pig. We're going to do a pig. Pantland. Oh, oh. Blatt Gemüse. Thank you. Nothing. Play more, friends. If you practice every day, you wreck up the stars. sympathies. Fuss, genossen. What the balls. What the ball. And there are more people at the table. Hmm. What's sounds good for dinner. I wonder what's for dinner. I heard something crazy. Apparently a high ranking official of Euclid's three knights became estranged and took off with all his subordinates. Now why would he do that? Wir müssen hier jetzt warten, dann kommen hier noch mehr Leute in das Geschäft. I'm starving! Okay, nur sprichst du heute. Starving! 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 Starwing! Is it like Starfaux, Nur mit nem Wing am Schluss! Is it like Starfaux, nur ohne Fuchs, mit Mensch, elevations or with εκoples, mit Flügeln? While I don't know what to eat! In Europa. In Europa. Neues von Europa! What? If I can have, have another wish. I want the devil to join The Next Tisch Set me here, sch Programs of the Next Tisch Was heißt das? Ist das die die ich gerade so gesprochen habe? Ja. Ja, so ist es. Ich spreche ihn wie alle gleich. Den nächsten spreche ich mit einer außergewöhnlicheren Stimme. Okay, dann geht's los. Kommt da noch ja? Ja. Kommt da noch ja. Also das einzige was geht sind die Zuschauerzahlen. Statt mal fünf, dann nehmen sie dann drei. Birbi, das einzige was geht sind die Zuschauerzahlen. A beer please ma am a beer. Also falls jemand Kommentare schreibt, A beer. Wenn wir sie nicht bekommen. Was ist das, eine Frau? Nein, das soll die Bier mal. Achso. I'm gonna drink myself stupid tonight. Das ist keine gute Idee. Die Frau würde gegangen sein. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, wow. Dann kommen noch mehr Leute. Wie dran passiert's. Wenn wir jetzt noch ein bisschen länger warten, dann verschwenden wir noch mehr Zeit. Wow, wow, das Burschwebe. AHHHHH! Someaboey catch that bush babyy. RAN murRan murRan りapt Nimmlittlebaggaer接te dir anto Nimmlittlebaggaer接te dir anto Nimmlittlebaggaer arte Third one for the highlight reel Das bisschen C'mon get out of here already Already ! Das ist schrecklich. Vielen Dank. Aber ich habe wirklich nichts gemacht. Jetzt, jetzt, hier eine Exzpression meiner Gratitude. Viel Zuschauen! Ja! Vielleicht habe ich... Vielleicht ist es angegangen, weil ich... ...aufgehört. Nimblerwagen mit Nimblerwagen gemacht. Hast du das? Aber keine Kommentare. Ah, okay. Und da ist der Baby-General-Store, wo das Busch-Baby haust. Es ist der Baby-General-Store. Ich glaube schon, oder? Ja, General-Store. Und das, was du jetzt gegangen bist, war auch die Besitzerin vom vorigen Store. Kann ich bitte Sie haben? Babys! Willkommen, die Check-Out-Count is right over there. Jetzt ist es wieder eine Frau. Wieso spreche ich dir alle so gleich? Oh, I give up. Mein Busch-Baby started causing trouble again. I'd hate to push him... ...to put him on a leash, but I have to do something about this. So, anyway, welcome! What can I do for you? Nein, wir brauchen nichts. Wir sind sehr spassam. Thank you! Wir sind sehr... ...spaß... ...sam... ...spaß... ...ahhh... ...ja, das sind wir. Wenn wir da hinten noch hingehen, was ist mit dem da? Nae, da, na... Dieser Stream enthält Produkt-Platzierungen. Von gutausweg. Von Schleichwerbung. Von Schleichwerbung. Ah, du, Hilly-Billy? Ich bin ein Hillybilly-Hillybilly-Hillybilly-Hillybilly-Hexo-Jam-Duggan. Es ist ein Cut! Und wenn wir damit reden... Oh, hallo! Weißt du, das war's? Oh, okay! Dann haben wir das da schon ein bisschen verpasst. Es ist ein Cut! Schreibt jemand was? Es funktioniert nicht, nur die Zuschauerzahlen... Of course! Autsch, ich hab Haare im Mund. Wenn ich's neu laden, dann laden's nicht mal neu. Ich hab jetzt auch einen neuen Song gefunden. Das kann passieren. Der heißt Haare im Mund. Probier's mal auf Google Chrome. Das hab ich versucht, aber ne Startmenüge.